Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde TTT Heute mit elf Leuten, es sind alle rausgekommen aus ihren Löchern, weil Nils nicht dabei ist Mit dabei ist Early Kapuptsekunden, Taudau, McFly, Items, Pain, Fizz, Gramps und Maru Hallo Guten Tag Early hat gerade noch geweint und er macht trotzdem mit Leck mich Leck mich Leck mich Für die Klicks Für die Klicks bin ich trotzdem am Start hier Leck mich Leck mich für die Klicks Early pips mich für jeden Klick Hat er nur gemacht, damit er seinen Titel schreibt Okay Hier oben ist einer tot Ich auch Das Schlimmste ist eigentlich, wir haben jemanden der AFK schon wieder Aber Nils zu rechter Sonst stirbst du Ich hasse diese gottverdammten Schächte Alter, ich sterbe die ganze Zeit in den Dingern Da geht man auch nicht rein Ja aber das ist, woher soll ich das denn wissen Maximum Ich war das nicht Ich war das nicht Kapuze ist ein lieber Kern, mit dem macht man doch nichts Mensch tauschen wir Waffen Weg der Items, verpiss dich Nein Hat er getrunken Wir haben die Credits entfaschen Wir haben alle Ich bin D zu mit 0 Credits Ey, der hat mein Totem fast Put gemacht Der Merdiest Trader Ich bin nicht Trader Kapuze wird sowieso stehen Weil der Totem ist halt so Warte, war das auch so leichter So los besser? Ja, war doch Sonst wär nicht alle so laut Rundermensch Nein, wir spielen wirklich schon Ohne Witz, keine Verastung Kapuze, wir haben ja echt schon auf Wir haben schon auf Das läuft ja Hallo, ich bin der Kapuze überhaupt ziemlich an Überprüfen Fest, 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 fest Kapuze war's Du bist doof Du bist ein Verbündiger bist du Da, da liegt der Leiche Kapuze hat den Bumerang Kapuze muss es sein Ich hab Fisk getötet Ich hab gemerkt Maru ist es auf Kapuze, Hilfe Okay Maru Jack Oh shit Komm, den verprügeln wir Ich, ich schlag ihn kaputt ey Nenn mich Tim Wiese Wie die Battle Battle Leute Ich glaub ich hab ihn getötet Hallo Hilfe Hilfe Ich hab Angst Da unten ist jemand gestorben Oh, hier liegt ne Diegel Meine Ich weiß aber nicht von woher kam das Okay, pass auf Also, zwei Trader sind schon tot Warum? Und es leben noch vier Leute Das heißt, ein Inu ist auch noch tot Kapuze ist tot Das heißt, ähm, Pain Warum hat Gransman Totem gemacht? Äh, ich hab Pain, Pain müsste tot sein Idem von Kundran Einer ist der letzte Das Totem von Kundran wurde von Grans gestorben Ach, scheiße, ich dachte das ist das von Maru Weil er hier war Nenn dann nichts Kundran oder Idem sind Trader Ist das sicher? Ja Ich hab nur noch sechs Was? Nein Okay, ist sicher Cut, da hast du spät geschaltet Red Bull, leider Okay Ich bin gleich im Schachgestorben Ich bin gleich im Schachgestorben Ich bin gleich im Schachgestorben Kuntran hat gar keine Liebe mehr für mich übrig Doch Eine volle Ladung Liebe? Du trägst keine Liebe in dir Eine volle Ladung nie, gell? Wer möchte eine volle Ladung Liebe von mir, Kapuze? Oh nein, danke, ich bin so... Oh Grans, gib mir all die Liebe, die du was Komm, 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 endlich, Junge Die volle Ladung 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 Allo Was magst du deinen Toten? Nämlich, ich mag deinen Toten Der Toten Das ist ehrlich Boy Ich bin, damit bin ich safe Der Pain ist sehr verdächtig TauTau ist es! TauTau ist es! Maru! Kurran! Wieso bist du so verletzt? Random Health 9 Leben! Wieso bist du so verletzt? TauTau ist es! Nein TauTau hat keinen erschossen! Was? TauTau! Genau, versteck dich einfach mit, klar. Wer schießt denn da oben? Maximal! Oh fucking! Stimmt, das war ja TauTau. Maxi, wer hat auf dich geschossen? Ähm, die Komale. Immerhin freut sich. Ich dachte, du hast geschossen am Anfang deswegen. Wer hat geschiebt? Wer hat denn hier? Hast du die echte Soda? Jawoll! Was? Da lag die Soda an deinem Toten. Scheiße! Ich dachte, das wäre ein Top gewesen, normales. Verdammt! Ich hab Soda getrunken. TauTau! Hast du die weg jetzt packt? Grenz ist meine Katze! Okay, das kannst du kaputt machen. Hey! Das nicht! Fisk! Was hast du mit Kapuze gemacht? Was? Kapuze? Was ist denn hier für eine Band? Ja, was denn? Teil kommt ein Schacht raus. Auf mich wurde geschossen von Fisk! Hier liegt eine Kapuze. Ich hab das Totem kaputt gemacht. Dalu, bist du am shoppen? Das war doch Fisk sein Totem! Dalu war am shoppen! Und Rapp hat auch Dalu auf der hat geschoppt. Warte mal, was machst du da, Items? Ja, mein Totem schützen! Dalu shopp schon wieder! Wo ist dein Totem? Nur die, die tot sind! Das war ich nicht! Das war Early! Kannst du mir beim Arsch lecken! Au! Wer schießt auf Fisk? Ich hab überhaupt nicht auf dich geschossen! Hey, jetzt! Fisk ist es! Fisk! Items hat auf mich geschossen! Ich bin's nicht! Aber wieso schießt er auf Items? Fisk hat auf jeden Fall Totem mit mir erschossen! Vielleicht war das nur ein guter Move von ihm! Nee! Ah, Quatsch! Ich hab das Kapuze Totem weggemacht! Nein, kein Totem! Die machen mein Totem kaputt! Hört auf! Und du hast auf mich geschossen, Items! Ja, aber ich hab auf mich geschossen! Hab ich nicht! Hast du Schaden von mir bekommen? So, hier! Wo ist er? Den Schaden hab ich woanders davon gedrungen! Ich war's auf jeden Fall! Oh Gott! Early Boy ist einer! Early Boy ist einer! Early frei zum Abschluss! Er ist auf der Treppe! Und was ist mit Fisk jetzt? Er ist nach unten gelaufen gerade! Ja! Ja, okay! Items ist safe! Weil Early schießt auf ihn! Komm, wir verprügeln dich! Halt deinen Schnauzen! Red! Fuck you! Ich verprügel dich, Junge! Headshot! Schon zwei Leute hab ich verprügelt! Oli, Oli ist auch tot! Okay! Ich hab hier nur Einer! Nenn mich Tim! Ich hab mich gekillt! Fisk! Nenn mich ab heute Tim, bitte! Sowas Gemeines, ey! Okay! Rettest von mein Kehl! Das nur, dass nur ein dämlicher Traker mich schützt! Ja, glaub ich auch! Ich glaub, der letzte ist Pain, Leute! Ich war die ganze Zeit in den Lüftungsschächten! Ja! Eben! Das ist nicht passiert! Hä? Ich hab schon längst rumgebracht! Wenn du im Lüftungsschach bist! Nein, nein! Mach das nicht, Leute! Da ist er! Hinterher! Ach, er ist in den Lüftungsschächten! Wie so ne Ratte, ey! Wie ne Ratte versteckt er sich! Hä? Wo ist eigentlich Early's Leiche? Da hinten ist er! Early's Leiche ist weg! Ich weiß nicht, wo man hier noch reinkommt! Hier links? Er ist da runter gefallen! Warte, wir werfen einfach ne Granate da rein! Hm, das war noch ne Bananenbomber! Ich war aber nicht von Pain! Ey, er muss ja rauskommen! Ich hätte Korbaka-Granate! Drei! Zwei! Zwei! Eins! Risiko! Ah! Sehr schön! Ah, das ist Pain, ja? Okay! Pain, du bist so schlecht! Aua! Das tut weh! Schade, schade! Keiner ist in den Lüftungsschacht gegangen! Ich hab die ganze Zeit gewartet! Doch, doch! Ich bin dir die ganze Zeit hinterher gelaufen! Durch den kompletten Schacht! Mir? Ich hab dich nicht einmal gesehen! Was ich dann aber am verdächtigsten fand, war, dass du noch mal zur Confirm-Trader-Leiche gegangen bist! Ja, ich hab mir die Points geholt! Weil du noch geguckt hast, ob da Credits drin sind! Das sieht man übrigens an den Leichen, das sieht man von Weitem! Ja, natürlich sieht man das als Traitor- oder Non-Credits drin! Ja, deswegen war es ja auch verdächtig, dass Wing gegangen bist! Wie sieht man das? Geht ran! Geht ran, das war Credits drin! Ach so! Geht beschrift! Geht beschrift! Ich hab nicht drauf geantwortet! Maxi spielt zum ersten Mal heute! Ja, Maxi! Und dann! Mir ist es aber nicht aufgefallen, da weiß ich nicht wieviel vorhin das Fadenkreuz sich verändert! Was? Hast du das von Counter-Strike Source oder? Hast du das blaue? Hast du das blaue? Hast du das blaue oder nicht? Blaue ist doch Detektor, oder? Und welches ist das du? Grün! Dann ist er Traitor! Da stand ein Fadenkreuz! Da stand ein Fadenkreuz! Ich hab ne Soda! Äh, Dalu! Ist es normal, wenn ich eine Soda kriege, dass die viermal wirkt? Totem! Totem! Totem oder Totem? Totem oder Totem? Totem! Gleich beides! Das ist mein Totem in Ro! Totem, Leute! Totem ist mit dir im Schacht, wenn ich sterbe, ist erst… Kann man dann nochmal… Autos im Schacht! Böse, Tautau! Ich mein Totem abknarfe, Brille! Hallo! Da hast du mein Totem in Ro! Was hast du? Das Unerfbars hat auch gemacht! Ja und warum? Uneröffnet… Der hat auch nicht gekriegt. Ich hab Angst! Da drin steht mein Totem! Worte die Intervention verändert, Dalu? Mhm! Was? Menschen? Die Intervention! Die Intervention ist in sein Zimmer gegangen! Weil die auf einmal so riesengroß über den Leibnüttchen haben. Du darfst das einmal hauen. Okay, okay, okay. Nee. Dätelbefehl. Schlag es. Abgemacht. Schlag es. Abgemacht. Mach mehr, mach mehr. Fisk. Du hörst jetzt so am Maske hier. Noch mal, noch mal. Nicht mal. Teil! Was hast du denn geschafft, Mann? Ja. Äh, geht vorbei. Du hast zweimal auf mein Totem gehauen. Einmal gehauen, einmal geschlagen. Einmal gehauen, einmal geschlagen. Einmal gehauen, einmal geschlagen. Irgendwer ist grad gestorben. Ich nicht. Items, Items! Dann bin ich nämlich der einzige Täter hier. Items ist Trader. Lüge! Wer? Items? Äh, Kundan, hier wurde ein Trader-Einmail benutzt in dem Raum, wo ich jetzt... Early hat gerade auf mich geschossen. Ja. Ich glaube, jetzt war Early. Das Toten von Pain ist in dem Raum. Ich bin aber hier oben. Das kann Kapuze und Kundran uns so bestätigen. Ich seh hier auch niemanden, aber hier wurde ein Item benutzt. Ich hab nicht gesehen, dass du Schandtaten verübt hast. Hey, was? Hat nicht eine Items gehauen? Vermutlich über die Lüftung kriegt das. Items! Items is it. Pain is safe. Pain is safe. Oh, da links. Bin ab. Items waren es. Ich hab... Ich hab... Items geredet und von wegen, was ich brauchen kann. Er hat einen umgebracht im Schand. Ah, hab ich wieder gesehen. Ah, jetzt... Ah, jetzt... Ah, jetzt... Nicht rein kommen, Leute. Wo reinkommt? Jetzt kommt ihr safe. Lass sie jetzt. Jetzt retreht da jeder rein und verrenkt gleich. Oh, hinter mir, hinter mir, unter mir. Ach, wer ist das? Maru, Maru, Maru! Damit stirbt doch nicht. Oh, da gestorben. Leute, Early und Pain sind safe. Ach, Early ist tot. Scheiße. Maru! 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 Maru ist down. Dallucat ist damit inno. Kapuze ist jetzt erst in sein Zimmer gerangt. Maru! Maru! Keine Laune! Sehr schön. Mein Kruppelkab ist gegen die Tür geflogen. Ja, vor allem... Ja, erst mal das und dein Date steht genau neben dir. Das hab ich dir nicht... Ich hab so vorsichtig. Was macht die Raygun denn? Damage Ray. Die schießt halt so... Kapuze, was gibts freiges zu essen? Ich fand's lustig, wie Items einfach durch die Menge gelaufen ist. Welche? Ja, weißt du, Early sagt halt so Items ist es. Ich sag so, nee, ich bin's nicht. Trotzdem bin ich zum Abschuss freigegeben, ohne dass irgendwas anderes gesagt wurde. Ja, wenn er tot... Was ich sage, ist Gesetz. Hinten wir ab. Das ist ja das Schöne. Er war ja... Er war ja nicht confirmed down. Demokrassi. Dafür, wir schießen gleich einfach Early Boy. Quen Zweifel an meiner Autorität. Frei zum Abschuss. Der erste auf der Punktliste und der letzte auf der Punktliste. Guck mal, der erste auf der Punktliste und der letzte auf der Punktliste. Maxi ist es. Ja. Ich hab nur noch 68. Was hast du gekriegt, Danu? Maxi ist doch aufgeschossen. Oh, leider. Oh. Unendlich Muni, Leute. Geil. Oh, nice. Woll mal. Woll mal. Hast du da gesüffelt, Danu? Nein, ich hab ein Brief... Party time. Das ist gönnt. Aktenkoffer gelegt. Kein Fallschaden mehr. Kein Fallschaden mehr. Kein Fallschaden mehr. Geil. Kein Fallschaden mehr. Los, komm, wir springen vom Dach runter. Wer? Ist grad gestorben, oder? Es hat irgendeine... Maru! Maru! Maru ist zum Pünktang gegeben. Schon wieder Maru. Und ne Lüftung... Maru? Maru? Maru, drei zum... Okay. Maru, du bist vernächtig. Maru, du bist vernächtig. Tautau ist es, Tautau! Tautau ist es! Boah, den Explodent. Ist es Maru? Maru ist es, gell? Tautau ist Resport! Tautau ist Resport! Tautau lebt wieder. Hinter dir Kapuze! Maru und Tautau, bist du es auch, oder was? Es ist auch Kapuze, Leute! Muss es sein! Du hast nen Boomerang? Ich bin Dete und hab nen Schneeball. Ich bin Eno und hab nen Boomerang. Richtig. Richtig. Okay. Leute, Tautau ist confirmed. Ich hab vergessen, warum, aber ich weiß das. Wie ist das Toten von Item? Tautau ist ganz viel Gift-Smoke hier! Ähm, weil Tautau neu gespawnt ist. Alter, wer hat hier die PewDiePie-Nate gezündet? Da drüben, da drüben, da drüben im Regal! Fällt ihr denn? Unten, oder was? Knapp, die verstecken sie unten irgendwo, ja. Wo sind wir denn? Hallo? Komm raus! Fisk, wo hast du den Boomerang? Fisk hat Boomerang! Ali! Was ist denn? Drop ihn! Drop den Boomerang! Mach keinen Scheiß! Ja? Hallo? Ich hab schon Item, ich hab nen Schneeball. Deswegen, deswegen, der Atalo hat ja schon Item. Okay, ich hab nen Grafik-Bug. Mein Daumen ist über meiner Waffe. Au! Alter! Tautau unterm Tisch! Tautau unterm Tisch! Links in der Ecke! Free-Fired! Das ist das, was man hier ist! Kuntrand ist Darder, Leute! Kuntrand ist Darder! Ich bin Darder! Was ist hier jetzt eskaliert? Du? Was? Ich würde niemanden eskalieren. Was? Niemals! Alle haben gerufen, Kuntrand ist es. Da, also Dalu hat es gerufen. Dalu ruft immer irgendwelche Namen! Dalu ist aber auch Dete. Ach, Tome! Dalu ruft auch als Traitor irgendwelchen Namen und als inno und dann hast du mein totem zerstört ja ich doch nicht doch so eine schnappsidee er soll mir blüftung geschafft ja ich weiß dass wir ein das ist zum ersten mal dass die nebeneinander stehen das machen die ok die das ist kein anzeichen das ist kein anzeichen ich rufe nur so laut wenn es doch echt einer ist hier macht das kaputt von den dingen die stinger um auch nicht hässlich Ich mein, das ist schöner. Verdammte Waffe. Grandstanding ist auch keine Waffe. Hallo? Kannst du aufhören, über irgendwelche Dier zu reden? Ich hab doch nicht über ne Waffe. Aber Grandstanding, warte mal. Grandstanding. Grandstanding. Ich hab noch nicht über ne Waffe. Grandstanding. Grandstanding. Puck das Ding raus. Puck das Ding raus. Puck das Ding raus. Nein, nein, nein. Achso, Maxi ist safe. Ben, 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 Ben. Ich hab nicht geschossen. Irgendwas weißes hat er geworfen. Deswegen hab ich jetzt keine Ahnung. Ich hab den falschen gemacht. Da hab ich den falschen gemacht. Aber Olli sagt doch einfach nichts. Hallo ist es. Ich hab geschossen. Du hast doch Ben geschossen. Tau, Tau. Das war klar. Ich hab nen Boomer angefunden. Kapuze ist drauf reingefallen. Ich wurde grad geportet. Da ist er geportet. Ich bin wieder von den Toten aufgestanden. Mit meiner Karte. Was und Pain ist böse habt ihr gesagt? Ich hab sein Totem gefunden. Der Pain ist schon tot. Grants ist mir tot im Zeichen. Bist du blöd? Du warst tot. Aber ich hab doch meine Karte ausgespielt. Ja, ich wusste dich leider nicht. Grants, jetzt ist er mal zur Rechenschaft gezogen. Du darfst mein Totem nehmen. Maxi, ich geb's dir noch. Ich möchte dein Ding lieber haben. Der ist eh nicht groß. Zeig's mir. Jetzt hörst du mal ne Dachte-Gun am Gehen. Dann muss er wieder den halben Bildschirm verpiksen. Soll ich nicht dein Geld mehr drauf machen. We sit in the Grids. Take care, weiter. It's egal. It's egal. Guck mal was ich jetzt für den Move mal festgehe. Oh, Coontran. Coontran is crazy. Ich helf dir. Nein, ich will keine Hilfe. Da hinten. Achso. Wenn der halt einen Totem dazu. Was ist das für ne Waffe? Ich dachte er gar nicht. Warte, warte, raus. Hey. Wer war das jetzt? Kunran Detective Willkür. Warum war das jetzt eigentlich im Schaubau? Weil die Musik aus seiner Richtung kam. Hä? Ich stand einfach nur im Schacht drin. Ich hab gar nichts gemacht. Letzte Runde. Du, wie fühlst du die Musik? Was für die Musik? Wie lange nehmen wir schon auf, Grant? Äh, 18. Dann sind es noch zwei Runden, ja. Oha, ey. Was ist denn mit meinen Daumen kaputt? Kenn los. Kunran Detective Willkür hier. Du hast einfach geschossen und hast nichts gesagt. Ich hab geschrien, Kunran is got respawn. Kunran is it, Kunran is it. Und dadurch schrie auch Kunran is it. Ich war Dete. Aber wie kann ich so schnell noch? Ja, ich werde dann... Hallo Fels, möchtest du deinen Totem auf meinen Totem stellen? Nein, ich bin nicht mein Totem auf deinen Totem. Warum nicht? Das ist toll. Das ist perverses Lass. Hä, dann gibt's kleine Totem. Fisk will nicht mit mir spielen. Deine Totem Babys. Kaputze sag was. In dieser Runde dürft ihr einfach alle Totems zerstören. Maru? Fiskau ab, ja. Ja. Hey, was ist das für Totems? Für mich ist Maru sehr verdächtig. Das ist mein Totem. Das da ist Kunran. Hey, hast du das getrefft? Nee. Er kam hier raus und dann ist er weggeflogen. Early, hast du getrunken? Ja, hab mir doch grad gesagt. Ey, runter da Fels. Hallo? Oh, ich hab nicht draufgenommen. Schade. Du musst aber. Schade. Ich bin mir damit Maru nicht so ganz sicher, ob die Geschichte stimmt oder war. Wieso hast du mich im Auge? Irgendeiner muss. Grants, ich bin der Hilfs. Ja, also der Einzige der unten war, war Maru. Wer ist der Hilfs-Sheriff? Ich bin der Hilfs-Sheriff. Okay, hier. Danke. Wir müssen noch ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Na du, du wolltest nur wissen, ob ich getrunken hab, damit du weißt, ob du mich kehren kannst. Mit Explosive oder nicht. Und darf ich weggehen? Ja. Oh, da ist irgendwas exklusiv. Early war das, Early war das. Early? PHD. Wir haben schon darüber gesprochen, dass der PHD nicht mehr benutzt wird. Oh nein, Maru! Oh, war das klapp, war das klapp, war das klapp. Ja, ja, das ist schon wieder, und gleich sterben wieder willkürlich Leute. Denkst mir auch. So wie der Maru zum Beispiel. Nee, ich überlebe. Maru! Er wird reinnehmen den Schadenweg. Hier, da ist hier Maxi, ist es! Ich glaube, es ist sacred. Ich glaube, es ist sacred. Ja, du bist die ganze Zeit unterwegs. Da teilen sie nur meinen Toten. Ich hab mir gerade den Lüftungs-Sheriff runtergekehrt. Maxi ist verdächtig. Sacred Isis. Einer wurde den Bumma gekillt. Kaput ihn halt. Ich bin der Meinung, dass Kapuzen gerade kauft werden. Ey, Junge. Also eigentlich, Kapuzen tanzt den Perfekt. Nee, Sacred Isis. Kapuzen hat mich gerade angeschossen. Ja, klar hab ich hier angeschossen, weil du's bist. Na ja, da haben wir schon alle unten. Ich hab nix gemacht. Ich bin mir so sicher. Okay, Sacred Isis. Also Kapuzen hat den Perfekt. Du hast den hier perfekt getanzt. Also. Leute, ich hab einen Traitor gekillt. Ich bin safe. Wie ist das passiert? Hast du gar nicht da, Ludo Burmo? Ich hör' ihn da mit euch. Ich hör' ihn da mit euch. Ich hab's sogar angekündigt. Ich war hinter dir. Du warst hier. Du kamst hier erst an, als schon alle tot waren. Ey, das ist Verabtenbeleidigung. Du sollst von Tautau gestorben sein. Ich bin reingegangen. Hab' gesagt, hier wurde einer mit dem Boomerang getötet. Lauf in den Raum rein. Knall Tautau ab. Confirme ihn. Die Meertürer geht hoch. Und du hebst den Boomerang auf. Würde ich mir nicht gefallen lassen. So ne Abstandfassung, Early. Kann ich irgendein Zerfienzicht mich töten? Was denn? Da musst du nicht bieten lassen. So ne Beleidigung hier im Dienst. Darf ich ihn töten lassen? Darf ich ihn töten? Nein. Wen? Mich? Ja, dich. Warum du schießt schon dreimal auf mich? Du bist doch Traitor. Wenn du bist. Oh! Oh! Early. Das war so klar. Er sieht mich doch. Sprich, Mensch. Ah, Maru ist tot. Der PhD darf nicht beim Team benutzen werden. Du bist doch der feste Überzeugung. Du bist das. Kaputze schießt auf mich. Ja, Kaputze hat geschossen. Ich hab' nicht geschossen. Ich töte mich. Er muss geschossen. Er war'n fertig, ey. Early hat'n Boomerang. Dalu hat'n Boomerang. Warum? Warum schießt du auf Items? Das war der Hilfs-Sheriff. Wieso habt ihr den Hilfs-Sheriff umgebracht? Ja, der hat auf mich angefangen zu schießen. Kunran schießt auf mich. Und ich entwache mich von dir. Ich wollte schießen. Ich hab'n Schottgarten. Kunran will mich töten. Detective Grimes Kunran safe. Kunran wirklich safe. Er hat auf mich geschossen. Aua! Fass auf Fisk auf. Kunran ist da, Leute. Ja, ich steh' hier rum. Danke. Dann muss der andere Items sein. Und Items... Items muss der andere sein. Richtig. Ja, bitte. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' die ganze Zeit geguckt, wo mein Boomerang ist. Und ich hab' ihn die ganze Zeit überlegen. Ich hab' keinen Boomerang gehabt. Ich hab' die ganze Zeit gedacht, ich hab'n Boomerang. Ich such' den und such' den und such' den. Ich hab' ne Bananabomb. Super. Das Problem ist, wir haben nicht mal was Verdächtiges gemacht. Und du warst schon wie ein Bluthund hinter mir her. Aber normalerweise, wenn ich... Kapuze war halt ein Hilfs-Sheriff. Der war noch richtig heiß. Also Kapuze ist halt... Kapuze hat sich... Der kommt grad von der Akademie, ey. Ich hab's Gefühl. Genau, Grant. Ja, du bist... 1a wie ein Traitor verhalten. Wir hätt'n dich viel früher machen müssen. Nee, nee, nee. Das Ding war... Ich... Normalerweise, wenn du mir abknallst... Gangbang of Earlys' Ding hier. Und der Traitor bist... Gangbang of Earlys? Warum? Das ist doch die perfekte Rechtfertigung, dann zu erschießen. Wenn ich's werde, schieß ich direkt early in den Rücken. Okay. Mach es. Oh! Grant, schau mal, wer Detective ist. Ich nicht. Ich hab' nicht mal gelacht. Ja, da hat die Aus... Da hat die Ausbildung sich gelohnt. Genau. Pain, 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 Pain. Wenn ihr eine Leiche findet, ist es Pain. Ich tot bin auch. Was ist mit dir passiert? Grant, eine Waffe? Und ihren Verständnis. Und ihren Verständnis. Los, Filz, tu deinen... Da warst keine Munition. Ja, aber wenn jetzt eine Waffe... Hey, ich bin schon in Pension. Hautor, warum hast du Low HP? Ah! Weil ich Untergefahren bin. Weil ich wurde unehrenhaft entlassen, weil... Hey, wenn du nicht tot... Hey, wenn du nicht tot... Weiter... Okay. Er versucht mich zu verdächtigen. Seh ihn dir ein. Hey, hey, hey. Ich muss kaputze. Ich bin sowieso so gut wie tot. So. Kaputze kannst du heilen. Oh, darf ich early einen High Five geben? Klar. Grant, komm mit zu nah, ich klei dich ab. Ich klei dich ab. Komm mit zu nah. Au! Ey, early, schießt das? Ich hab gesagt, komm mit zu nah, ich klei dich ab. Sabber! Das ist mir auf das Spiel. Hä? Ey, man bleibt da oben an dem Tisch hängen. Der muss ja nicht drauflaufen. 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 Ja, weil early auf dich geschossen hat. Nee, lass mal lieber nicht hochgehen, Dalos. Kannst du nicht drauflaufen sein. Nur weil ich ihm freundschaftlichen Platz geben wollte. Hab ich's nicht. Das werden wir gleich testen. Was hier denn? Tau, Tau, ich trau dir nicht. Ah, ITEM! Guten Tag! Oh, Alter, so am shoppen. Er war so am shoppen. Er war so am shoppen. Hey, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's echt nicht. Alter. 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 Ich war's echt nicht. Hier ist noch irgendwo einer. Was? Hey, dann muss es Grant sein. Hey, warte mal. Es ist Payne, Leute. Nein, es muss Grant sein. Nein, ich war bei Kaputze die ganze Zeit. Leute, Early Boy, du bist so... Early war's nicht. Early hat auf jeden Fall jetzt den abgeschossen. Wo ist der Boomerang? Der hat doch gerade Boomerang. Early is safe. Early is safe. So kann ich jetzt mehr heilen, die Kapuze. Da sind viele Leute hier, holt euch die Credits rein. Early? Was? Ich hab'n Payne getötet. Hä? Aua. Early hat Payne abgeschossen. Guck mal, ob der Credits sind noch heil. Ich fange immer wieder drinnen die Schächte runter. Ah, du bist ein Payne getötet? Ja, hol mir mal... Heil mich mal. Guck, ob da Credits drin sind. Kann ich heilen. Ich hab mir nen geilen Baseballschläge gekauft. Hallo! Verpiss dich! Komm jetzt so da. Ich leil dich ab. Sorry, Grant. Das war ein Scherz. Jetzt guck doch mal, ob die Credits drin sind. Das hab ich doch mal Early. Was hab ich? Achso, Credits. Ja, jetzt. Ich hab jetzt... Grant heilt doch das. Nein, natürlich nicht. Ey. Was? Der da rausgelaufen ist. Äh, Dalu. Dalu. Und? Da macht er die Fliege dabei. Error. Großes Error. Oh! Wer ist denn da jetzt weggefetzt? I-Tems. I-Tems. Du hast mich noch... Was hab ich denn gemacht? Ja, du hast... Da leid. Da leid. Da leid. Wenn's euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Schau mal her vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschau. Tschüss. Tschau. Tschau.